Sobald die Menschen einen Teich gefunden haben, ist die Luft erfüllt von den Rufen der sexhungrigen Amphibien. Die Weibchen erhöhen die Rufe und die Paare verlieren keine Zeit, um zur Sache zu kommen. Das Ergebnis ist eine Orgie, auf die selbst die alten Römer stolz gewesen wären. Eine Methode, die man explosive Fortpflanzung nennt. Für zwei Wochen verwandeln sich die Männchen der Schaufelfußkröte in sexuelle Dynamos. Mit dem Anstieg ihres Hormonspiegels steigt auch ihr sexueller Drang und sie paaren sich mit einer unglaublichen Energie.